Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Channel ich habe einen neuen Glitch für euch der sich hier befindet und ich sage euch gleich um was es geht es ist ein anderer Map Glitch und dann würde ich sagen fangen wir direkt mit dem Glitch an das einzigste was ihr tun müsst ist an diesem Fall hier kommen wo ich ihn gerade auf der Map gezeigt habe einfach hier anlehnen und ich sage es euch schon jetzt ist es richtig schwer diese Glitch zu machen also ihr siekert euch eigentlich in den Boden da seid ihr einfach an der Map Glitch und keiner kann euch mehr irgendwie töten nicht mehr die Bullen oder so das werdet ihr auch gleich in der Aufnahme sehen aber ich sage euch wenn ihr irgendwelche Online Spiele damit abfuckt es kann ja wirklich mit Bangefahr sein wenn ihr wirklich Leute damit abfuckt und ihr seht schon ja ich habe mich hier gerade in den Boden reingesegert es braucht ein paar Versuche aber nach einer Zeit dauert es nicht mehr so lange und danach werdet ihr euch einfach in den Boden sie kann und dann seid ihr eigentlich schon im Boden ich lasse euch mit dem Gameplay allein und melde mich dann am Ende des Videos wenn dieses Video bis jetzt schon gefallen hat gibt einen Daumen nach oben und an die Leute die jetzt neu auf meinem Channel sind abonniert den Channel damit ihr nicht mehr verpasst und dann würde ich sagen bis gleich bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin dann raus, bis zum nächsten Video, ciao!